Wir haben hier einen kleinen Abdurrahman, der ist 28 Tage alt. Auch er kämpft mit einem Timor und ich muss leider bei diesen Jungen absagen, weil wir die finanziellen Mittel dazu nicht haben, um ihn rüber zu fliegen nach Istanbul. Hier können wir ihn nicht behandeln. Wir sind eingewiesen auf eure Spenden, dass wir ein gewisses Budget haben, damit wir in solchen Fällen sofort reagieren. Diese Operationen sind sehr, sehr, sehr kostenspielig. Mein Herz brennt, dass ich diesem kleinen Jungen Mann in diesem Moment jetzt gerade nicht helfen kann. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, ob wir noch helfen können. Wir sind auf eure Spenden eingewiesen. Es brennt bei mir, dass es solche Kinder gibt. Diese Fälle gibt es seit ca. 25 Jahren in Afrika und in Mogadischu ganz besonders. Das war's. 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 Vielen Dank.